Buspiron, ist das eigentlich eine Alternative zu Benzodiazepinen? Das Medikament Buspiron ist nicht so gut bekannt. Es ist wirksam gegen Ängste und es macht nicht süchtig. Deswegen ist es für uns eigentlich ganz interessant, auch wenn es nicht so häufig verschrieben wird. Wir wollen in diesem Video mal herausfinden, wie stark ist das eigentlich wirksam, in welchen Indikationen wäre das vielleicht eine Alternative und was willst du sonst noch alles über Buspiron wissen. Mein Name ist Dr. Jan Dreher. Ich bin Pfarrarzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Ich habe keine Interessenkonflikte bezüglich dieses Themas. Ich habe auch keine Vortragshonorare oder sonstigen Gelder von Pharmafirmen angenommen. Und du befindest dich auf dem PsychCast-Kanal. Also über Buspiron gibt es ja viel zu sagen. Wir fangen mal mit einem Überblick an. Das Medikament ist seit 1986 in Deutschland zur Behandlung der generalisierten Angststörung zugelassen. Erforscht wurde damals, welche Medikamente gegen Psychosen helfen. Hier ist Buspiron durchgefallen. Es hat auch eine etwas andere Wirkart. Aber es hat sich eben erwiesen, dass das gegen Ängste helfen kann. Es wirkt auch nicht am GABA-Rezeptor, also auch nicht. Es wirkt ja auch nicht am Dopamin-Rezeptor wie die Antipsychotiker. Es wirkt auch nicht am GABA-Rezeptor, was uns Glauben macht, dass es wirklich nicht abhängig macht. Denn die Benzos und Alkohol, die wirken am GABA-Rezeptor. Das macht Buspiron nicht. Und seine Wirkung tritt auch erst nach einigen Wochen ein. Aber es hat eine milde, aber vorhandene Wirkung auf Ängste. Und die bleibt dauerhaft bestehen, ohne Suchtpotenzial. Wir müssen uns die Pharmakologie wohl noch ein bisschen genauer angucken. Also Buspiron gehört zu den Serotonin-Rezeptor-Partial-Agonisten. Komplizierter Begriff kennt man auch sonst nicht von den anderen Substanzen. Denn es ist auch a class of its own. Es ist eine eigene Substanz, die im Amerikanischen auch als Serotonin-Stabilisierer bezeichnet wird. Es gibt auch eine chemische Klasse, zu der das gehört. Die muss uns ja nicht interessieren. Es ist also kein Benzodiazepin. Es ist kein Barbiturat. Es ist kein Neuroleptikum. Es ist etwas anderes. Und es gilt als Agonist am 5-HT1A-Rezeptor, als partieller Agonist am postsynaptischen 5-HT1A-Rezeptor und möglicherweise als Antagonist am D2-Rezeptor. Und diese Kombination geht offenbar mit einer mittelfristig eintretenden Linderung von Ängsten einher. Wie gesagt, hat es keine Affinität zum GABA-Rezeptor, anders als die Benzodiazepine. Und es ist daher plausibel, dass es keine Abhängigkeit macht. Buspiron kann Wechselwirkungen machen. Es wird über Zytochrom 3A4 abgebaut und wird gleichzeitig ein starker Inhibitor des Zyp3A4 eingenommen, sollte die Anfangsdosis niedriger gewählt werden. Auch Grapefrutsaft hemmt das Zyp3A4 und kann zu einem Anstieg des Blutspiegels führen. Carbamazepin hingegen ist ein Induktor, also einer, der das Abbauen der Enzymen herstellt oder die Herstellung beschleunigt. Und die gleichzeitige Gabe von Carbamazepin kann also zu einem erniedrigten Blutspiegel von Buspiron führen. Die Bioverfügbarkeit von Buspiron wird durch Nahrungsmittel gesteigert. Buspiron sollte daher immer zur gleichen Tageszeit und immer auf nüchternen Magen oder immer nach den Mahlzeiten eingenommen werden. Ja, das war ein bisschen zur Pharmakologie und vielleicht war es auch ein bisschen schwer verständlich. Ist aber auch egal. Wir wollen ja jetzt wissen, wirkt es und wenn ja, wie gut und in welcher Indikation. Bei der Frage, wie gut wirkt es, habe ich erstmal eine Studie von 1995 rausgesucht. Die ist also alt, zugegeben, aber sie ist ganz interessant. Sie untersucht, wie ist die Wirksamkeit von Buspiron bei Patienten, die eine generalisierte Angststörung haben und die vorher mit Lorazepam behandelt worden sind. Das sind ja viele und die jetzt auf Buspiron wechseln. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Medikament überhaupt herausgesucht habe. Das Medikament, also die Situation, dass Leute mit einer generalisierten Angststörung irgendwie auf Tavor kommen oder auf Lorazepam kommen und dann dauerhaft da bleiben, weil es einfach so schwer ist, davon wieder runterzukommen. Das ist ja häufig. Und wir machen in solchen Situationen ja häufig einen Benzodiazepin-Entzug mit unterschiedlichem Erfolg. Also wenn man die Benzos langsam entzieht, dann klappt das. Meistens, wenn man sie zu schnell entzieht, klappt es meistens nicht. Aber es ist immer ein schwieriger und steiniger Weg. Und es gibt ja nicht Benzodiazepin-Anxiolytiker wie das Buspiron. Und diese Studie 1995 untersuchte eben, was rauskam. Und da zeigte sich, dass es zum einen mal wirksamer ist als Placebo. Aber im Weiteren heißt es, dass die Patienten, die auf Buspiron umgestellt worden sind, keine Rebound-Anxiety oder Benzodiazepin-Entzugssyndrome hatten im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Und Buspiron hat weniger Nebenwirkungen als Lorazepam gehabt. Und das war natürlich besser als Placebo. Und schließlich war es so, dass Buspiron seine Wirkung für mindestens zwei Wochen nach dem Absetzen des Lorazepams behalten hat. Und das ist auch so. Buspiron behält seine Wirkung ja bei. Und in der Wirksamkeitsanalyse wird hier die Effektstärke verschiedener Medikamente auf die generalisierte Angststörung dargestellt. Da kommt Pregabalin sehr gut weg mit einer 0,5er-Effektstärke. Das ist schon mittelhoch. Hydroxin wird in Deutschland so nicht eingesetzt. Wendler-Vaxin, das SNRI, ich komme immer durcheinander, hat eine Effektstärke von 0,42. Benzodiazepine von 0,38. Das sind also so mittelgradige Effektstärken. Die Gruppe der SSRI insgesamt von 0,36 und Buspiron von 0,17. Und statistisch sei das nicht signifikant. Da könnte man jetzt sagen, das ist einfach nicht wirksam, weil es ja nicht signifikant ist. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob es wirklich nicht signifikant ist. Also ob es nicht doch eine gewisse Wirksamkeit bei einzelnen Patienten haben kann. Ich kenne schon Patienten, die sagen, dass es ihnen ganz gut gegen die Angst hilft, wenn auch mit einigen Wochen Verzögerung natürlich. 0,17 ist natürlich weniger als die SSRI. Aber wir kommen gleich dazu, ob das jetzt statt SSRI, statt Benzos gegeben werden soll oder in bestimmten besonderen Behandlungssituationen. Aber klar, die Effektstärke ist niedriger als die von SSRI oder von Benzos. Da muss man gar nicht dran vorbeireden. Das ist auch klar. Wie häufig wird es eigentlich in Deutschland eingesetzt? Also 2019 hat der Arzneimittelverordnungsreport mitgeteilt, Lorazepam seien 34 Millionen Defined Daily Doses, also typische Tagesdosierungen vergeben worden. Von Lorazepam ist das dann halt ein Milligramm oder so. Von Diazepam 5. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber da gibt es so typische Dosen. Und man kann berechnen, wie viele Millionen Dosen davon in Deutschland in diesem Jahr verschrieben worden sind. Lorazepam 34,6 Millionen. Diazepam 18,5 Millionen. Und Bußbiron 0,5 Millionen Defined Daily Doses. Zugelassen ist es in Deutschland gegen die generalisierte Angststörung und zur symptomatischen Behandlung von Angstzuständen. Das ist also eine erfreulich weit gefasste Definition. Denn also gegen Angst, das ist das, wogegens wirkt. Und wenn man schreibt zur symptomatischen Behandlung, dann heißt das, bei allen Indikationen ist es auch erlaubt, wenn Angst vorliegt. Und es wird zusätzlich noch eingesetzt zur Augmentation antidepressiver Behandlungen. Da gibt es auch Vorstellungen, warum das so wirkt. Der partielle Agonismus an präsynaptischen serotonergen Autorezeptoren, klingt super, kann die serotonerge Aktivität unterstützen und so die Wirkung gleichzeitig gegebener antidepressiver verstärken. Also ich darf schon mal sagen, gerade bei Depressionen, die mit Ängsten einhergehen, wird es ganz gerne mal kombiniert. Und da wirkt es auch ganz gut. Zur klinischen Wirkung zu sagen, und das ist sehr wichtig, ist die Wirkung tritt erst nach mehreren Wochen ein. Also das ist ähnlich wie bei den Antidepressiva. Da tritt die Wirkung auch erst nach zwei bis vier Wochen ein. Und hier tritt sie auch erst nach vier bis sechs Wochen ein, zwei bis sechs Wochen, irgend so was in der Größenordnung, nach mehreren Wochen. Und dass das von außen sichtbar ist, ist manchmal früher zu erkennen. Für den Patienten, für die Patientin selber ist es manchmal noch später. Aber vier bis sechs Wochen sollte man schon warten. Und erst wenn nach sechs bis acht Wochen keine ausreichende Wirkung erkennbar ist, dann sollte man erwägen, die Dosis deutlich zu steigern oder die Behandlung ganz zu beenden. Aber so lange muss man schon warten. Es ist auch so, dass Bußbüroden, Bußbüroden meiner Erfahrung nach nur sehr selten als Monotherapie gegeben wird. Eher wird es zusätzlich zu einem SSRI oder SNRI gegeben. Und das ist eine bewährte Praxis. Es gibt Studien zu, die das bei mehr als 300.000 Patienten jetzt von einer Meta-Analyse überprüft haben. Und das funktioniert normalerweise sehr gut. Man muss aber wissen, dass immer, wenn man ein Antidepressivum mit einem anderen Medikament kombiniert, das zumindest teilweise Serotonerg ist, dann kann das natürlich ein Serotonerges-Syndrom oder Krampfanfälle auslösen. Im Auge haben muss man das schon. Man sollte Medikamente ja nur so lange geben wie nötig. Bei sehr ausgeprägten chronischen Angststörungen kann eine Dauerbehandlung mit Bußbüroden schon mal erforderlich sein. Gut, wir wollen das Medikament ja so gut kennenlernen, dass man es auch mal einsetzen kann. Wie dosiert man das denn? Laut Packungsbeilage beginnt man mit 3 mal 5 Milligramm und steigert dann so auf 20 bis 30 Milligramm, verteilt immer auf so 2 bis besser 3 Dosierungen am Tag. Die höchst zugelassene Dosis liegt bei 60 Milligramm auf mindestens 2 Einzeldosen von je 30 Milligramm am Tag verteilt. Ich zeige ja gerne, wie ich das so dosiere. Beim Bußbüroden ist es so, dass ich nicht so viele Behandlungen durchführe. Es ist mir so ein bisschen schwer gefallen, so ein Verteilungsmuster aufzuschreiben dafür, weil ich es auch einfach selten verschreibe. Meistens verschreibe ich so etwa 30 Milligramm, aber es ist unterschiedlich. Ich habe auch schon 60 Milligramm verschrieben. Es gibt unterschiedliche Gaben. Wie ist es mit unerwünschten Wirkungen? Sehr häufig laut Packungsbeilage sind Schwindel, Kopfschmerzen und Schläfrigkeit. Mehr als 10% der Patienten, das ist schon viel. Häufig, 1 bis 10% sind Übelkeit, Schlaflosigkeit, Nervosität, Benommenheit, Tremor. Und selten 0,01 bis 0,1% der Patienten haben auch EPMS, einschließlich Früh- und Spätdyskinesin. Hier kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, dass das im Rahmen der Suche nach Antipsychotika gefunden wurde. So weit entfernt scheint es dann doch nicht vom Wirkungsmechanismus zu sein. Es ist vielleicht doch ein bisschen verwandt der Neuroleptanxiolyse. Das gibt es als Nebenwirkung, wird so beschrieben. Gut. Zu den Komplikationen habe ich eben schon kurz ausgeführt. Es kann ein Serotonerges-Syndrom im Einzelfall mal begünstigen. Vor allem, wenn man es mit anderen Substanzen kombiniert, was ja häufig ist, mit Antidepressiva. Die anderen Opioide und was es da noch so gibt an Serotonergen-Substanzen, können natürlich auch einen Beitrag leisten. Kontraindikationen ganz kurz. Engwinkelglaukom, Myasthenia gravis, Epilepsie, akute Intoxikation, schwere Leber- oder Niereninsuffizienz. Ich habe natürlich auch gefragt, welche Fragen habt ihr? Und hier sind eine ganze Reihe Fragen gekommen. Ich habe mal ausgesucht. Luke Beck Black Blue schreibt, mein Psychiater meinte, dass es so wirksam wie ein Glas Wasser sei. Und die Antwort darauf war schon, dein Psychiater ist falsch informiert. Wasser wirkt wesentlich besser. Also das ist natürlich der entscheidende Punkt beim Bußbüro. Und das wirkt jetzt nicht so stark wie 3 mg Lorazepam. Das ist richtig. Das wirkt viel schwächer oder schwächer jedenfalls. Aber es macht ja auch nicht abhängig. Und es hat auch viel weniger Nachteile. Und wenn es ein wenig wirkt, hilft das manchen Patienten schon sehr viel. Ich komme gleich zu meinem Fazit. Da komme ich nochmal dazu. Gerade Patienten mit einer generalisierten Angststörung, die nicht dauerhaft ein Benzodiazepin nehmen wollen und die schon Antidepressiva bekommen und trotzdem noch unter Ängsten leiden, können auch von einer milden zusätzlichen Wirkung deutlich profitieren. Und auch ein Benzentzug kann das Nutzen bringen. Aber klar, wir sprechen nicht von so einer großen oder von so einer wirkstarken Wirkung wie Venlafaxin oder Benzodiazepin. Das ist schon richtig. ZombieOfficialRap schreibt, da es auch in den Dopaminhaushalt eingreift, wären Wechselwirkungen mit Neuroleptika sowie Bußbiron besonders interessant. Ja, das ist so. Also Wechselwirkungen mit Neuroleptika, wenn man auch noch ein Neuroleptikum gibt, ist wahrscheinlich die Möglichkeit von EPMS besonders hoch. Es greift ja auf eine sehr eigene Art und nicht so stark in den Dopaminhaushalt ein, mehr ja in den Serotoninhaushalt. Deswegen glaube ich, das muss man mal gucken, was wirklich auftritt. Aber grundsätzlich kann man sich das schon fragen. Kann man Bußbiron mit SSRI kombinieren oder wäre das eine Gefahr? Das ist beim Bußbiron sogar typisch. Das wird meistens bei der Mischung aus Depressionen und Ängsten gegeben. Dann kombiniert man es typischerweise mit SSRI. Es wird auch bei reinen Angststörungen gegeben. Auch dann kombiniert man es typischerweise mit SSRI oder SNRI, weil ja die Wirkstärke alleine vom Bußbiron nicht so hoch ist. Deswegen ist hier die Kombination sogar typisch. Beim Benzo-Entzug kann man es auch mal in Monotherapie geben. Dann hat man es mal nicht kombiniert, aber es ist ja eher die Ausnahme. Koma-Vigile sagt hier, man sollte generell nicht zu viel Mischmarsch betreiben. Stabiler Name, stabile Position ist eigentlich richtig. Aber gerade beim Bußbiron ist die Kombination eigentlich das typische. Mein persönliches Fazit. Also ich habe das Bußbiron jetzt hier mal in unsere Reihe von Medikamenten aufgenommen, über die ich mit einem kurzen Video aufkläre. Denn es kann eine ganz gute Kombination und auch ganz gute Option beim Benzo-Entzug sein. Bei den Angsterkrankungen, auch bei den Depressionen und Angsterkrankungen, ist meine erste medikamentöse Wahl natürlich schon ein SSRI oder SNRI. Also üblicherweise Eszitalopram im ersten Schritt. Aber wenn das nicht reicht, dann überlegt man ja umstellen, Dosis erhöhen. Manchmal stellt man um. Und dann überlegt man schon auch über eine Augmentation. Und da kann man natürlich mit Lithium augmentieren. Das hilft gut gegen Depressionen. Aber wenn die Angst im Vordergrund steht, kann man das Antidepressivum, das man gibt, das vielleicht eine teilweise Wirkung hat, ganz gut mit Bußbiron augmentieren. Vor allem ja auch, weil es keine Abhängigkeit erzeugt. Und gerade die Patienten, die mit vielen Benzodiazepinen kommen, da versuche ich schon, die Abhängigkeit von den Benzodiazepinen zu vermeiden. Und Angstpatienten neigen aber dazu, weil die Benzos ja so schnell und so stark wirken, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Und dann hat man etwas als Alternative, was schon auch wirkt und manchmal eben ausreichend wirkt. Also die Kombination von einem SSRI und Bußbiron kann bei Depressionen und Ängsten besser sein als SSRI alleine und ist zweimal besser als SSRI und Benzos dauerhaft. Natürlich muss man aufklären darüber, dass der Wirkeintritt erst nach vier bis sechs Wochen ist. Aber das ist bei Antidepressiva auch nicht anders. Also das kann man gleich gemeinsam aufklären. Und die Kombination ist normalerweise gut verträglich. Ich habe darunter jetzt noch nie ein Serotonerges-Syndrom gesehen. Gut, so häufig setze ich es ja auch nicht ein, wie gesagt. Aber das ist schon typisch, dass man es so kombiniert. Und auch beim Absetzen von Benzodiazepinen kann es helfen. Patienten, die Benzodiazepinen abhängig sind, sind ja nicht selten ziemlich Medikamenten fixiert. Da kann man schon sagen, also dieses Jahr braucht es eine Zeit, bis es eindosiert ist. Aber wir dosieren die Benzos ja auch schrittweise aus. Und dann übernimmt das schon auch einen Teil der Wirkung gegen die Ängste. Das ist auch nicht gelogen. Die Effektstärke mit 0,17 ist nicht so super hoch, aber sie ist ja auch wahr. Und für manche klappt das Absetzen von Benzos eben wirklich besser mit Bußbüroen, als wenn man gar keine andere Substanz einsetzt. Deswegen ist es bei manchen Patienten schon den Versuch wert. Ich habe es mal aufgenommen, weil wenige Psychiaterinnen und Psychiater das kennen und auch wenige Leute das einsetzen. Vielleicht liegt es daran, dass es nicht gut genug wirkt oder nicht wirkt stark genug ist. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass es zu wenig Leute kennen. Ein Versuch kann es absolut wert sein. Schaden tut es meistens nichts. Abhängig macht es auch nicht. Deswegen wollte ich es mal erzählen. Wie sind eure Erfahrungen als Verschreibende oder als Patientinnen und Patienten? Schreibt es mal in die Kommentare.